Ich finde das ganz toll, dass du das zu Anfang sagst, weil ich weiß sozusagen ja sofort, woran ich bin. Also ich finde, weißt du, wir machen hier, das sind ja jetzt irgendwie fünf Minuten, deswegen nimmst du mir nicht böse, ich bin ein ehrlicher Mensch, ich sag alles gerade aus. Und ich denke, vielleicht hattest du noch nicht so guten Sex. Ja, ich bin eigentlich schon sehr lang. Ja, auch sehr gerne. Also ich bin jetzt auf der Suche nach hier. Hallo, hörst du mich? Bitte? Vielleicht bräuchtest du eine Anleitung, vielleicht bräuchtest du jemanden, der dir das mal richtig zeigt. Ja, aber also was könntest du mir zeigen? Das Laufen? Ich könnte dir das Laufen zeigen, ich könnte dir das Fahrrad zeigen, alles was du willst. Ich bin auch sonst ein sportlicher Typ, ich habe hier so eine Bank oder so, die kann man so aufstellen und dann kann man da so. Eine Glückskastanie. Ja, genau, sie ist so in sich gewendet. Du hast einen halben Zoo da. Ja, das ist tatsächlich das Einzige, was ich hier habe, weil ich gerade hier in so einer Übergangszude wohne, sozusagen, weil man ohnehin fertig ist.